Hallo Mädels da draußen, die schon länger auf der Welt sind. Es sind immer nur junge Mädels unterwegs oder so im mittleren Alter. Und wir sind Mädels, die einfach auch schick aussehen möchten. Ich bin für meinen Teil schon 20 Jahre 50 und möchte heute zeigen, wie man natürlich auch da etwas nett aussehen kann. Nicht übertrieben, nicht ganz so aufgestylt wie die Damen, aber wir wollen schon schick sein. Die Konkurrenz ist groß und die schläft nicht. Das heißt, ich könnte euch zeigen, wie man das alles macht. Wie man ein bisschen nett aussieht, wenn ich aus dem Bett komme, bin ich auch nicht schick. Nein. Und wie die Schauspieler das können, das können wir auch. Ich habe es ein bisschen gelernt und ich würde euch das gerne weitergeben. Natürlich nur, wenn ihr das möchtet. Ich weiß, es sind nicht so viele reife Leute, reife Mädels unterwegs im Internet, aber vielleicht habt ihr Enkel und Kinder und die können euch das zeigen. Ja. Und wenn ihr das möchtet, dann gebt mir einfach ein Feedback und dann kann ich es tun für euch. Ich würde gerne euch ein bisschen mehr von meiner Welt zeigen. Ich mache das nicht für meinen Mann oder für meinen Partner, sondern ich mache das für mich. Tschüss, vielleicht bis bald.